Ich komme nicht, um zu, nochmal die Sonos zu erwähnen. Play 3, neu rausgekommen, fügt sich natürlich tadellos ins Set ein von der Mehrraumbeschallung. Wenn eine neue Lautsprecher gekauft wird, stellt man einfach auf, gibt ihm Strom und drückt zwei Knöpfe und dann ist er in das bestehende Soundsystem integriert. Das ist ziemlich, ziemlich cool. Ich halte mich nicht damit auf, die ganzen Geschichten nochmal zu erklären, die ich hier schon viel zu oft erklärt habe über das System. Ich möchte aber nochmal unterstreichen, dass Sonos an der iPad-App wahnsinnig gute Arbeit geleistet hat und auch der iPhone-App. Die Desktop-App ist weit hinterher. Man kommt besser einfach nur mit den iOS-Apps. Klar, die machen Updates auf die Lautsprecher, die streamen das Zeug und es funktioniert extrem gut. Auf die Kleinigkeiten kann man dann im Text nochmal eingehen, die mich nerven, aber insgesamt bin ich extrem, extrem zufrieden mit dem ganzen System.